Hey, mein Name ist Sexy, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Berlin und Gaming ist für mich so viel mehr als nur ein Spiel. Es ist Leidenschaft, Lernen, das Schaffen gemeinsamer Erinnerungen, das Erproben seiner Fähigkeiten, sei es kompetentiv, als auch das Besiegen einer vermeintlich unbesiegbaren KI. Willkommen in meiner Welt. Wir-WO-Lジeren? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.